Leute, was geht? Ihr habt den Titel schon gelesen, Foto durch Köln. Warum eine Foto in Köln, fragt euch jetzt bestimmt. Naja, weil wir diese Woche keine Zeit hatten. Oder es wird auch mal Zeit, dass wir eine Foto in NRW drehen, weil wir kommen aus NRW, weißt du, wie ich meine? Wir müssen NRW repräsentieren. Genau so ist es. Mit dabei! Endlich! Amir wieder, wo warst du die letzten Wochen? Guten Morgen, Freunde, ich bin ab heute wieder am Start. Hiermit unterschreibe ich für immer. Okay, das merken wir uns. Heute haben wir uns wieder gute Spots ausgesucht, wir fahren jetzt Richtung Köln und holen Lars ab. Und Ali ist auch mit dabei. Hört auf zu essen, Junge! Wir werden heute noch genug essen, was soll das? Hat jemand Puderzucker im neuen Auto bestellt? Hallo, Brach! Was geht, Brach? Wo bist du? Köln-Zucker. Okay, wir sind in zwei Stunden da, wir sind im Stau. Brach, weißt du, was für ein Stau hier ist, Brach? Echt? Schau dir diesen Stau an, Brach. Chillt einfach ein bisschen am Hauptbahnhof. Kannst du mit Pudolz gechillt. Spaß machen, wir sind in einer Stunde da. Ich liebe Zimpfschnecken. Angekommen in Köln. Könnt ihr den Dom sehen? Da ist der Dom, wow. Ich sag's euch, wie ist es? Wir sind schon seit 40 Minuten in Köln angekommen, aber wir haben einfach keinen Parkplatz gefunden. Das ist ein Kritikpunkt, den ihr euch auf jeden Fall merken müsst, wenn ihr aus anderen Städten nach Köln kommt. Richtig Kostschmerzen, Bruder. Da ist er ja! Was geht also? Ich habe Hunger mitgebracht und deswegen werden wir jetzt gleich essen. Bis heute auch so kritisch unterwegs oder bis heute ein bisschen lockerer? Ich sag dir ehrlich, ich bin mit dem richtigen Fuß aufgestanden, deswegen bin ich lockerer. Mit welchem Fuß? Mit den rechten, linken oder mit der mittleren? Mit dem mittleren Fuß. Sehr gut, sehr gut. Angekommen bei Filet-Cheesesteak. Wisst ihr, was ein Filet-Cheesesteak ist? Der kommt aus Filet und das ist Steak mit Cheese. Weißt du, was ich mein? Habe ich letztens im Filet gegessen, im Original und ich bin echt gespannt, Bruder, ob er mit dem Original kam. Du hast ja echt schon alles im Original gegessen, Bruder. Ja, das stimmt. Ich sag's euch, wie es ist. Auf dieser Straße sieht der Laden am ansprechsten aus, oder nicht, Armin? Ja, würde ich auch sagen. Der Laden scheint auch ziemlich beliebt zu sein, der ist sehr voll. So, wir gehen in einen extra VIP-Raum, nur für YouTuber. Hast du's geklärt, Bruder? Ich hab's geklärt, sehr schön. Wir sind was Besonderes. Wir haben einen eigenen Raum bekommen, Bruder, und hier hast du wirklich Willy Weiss. Mit Filly meine ich wie in New York, weißt du, wie in Amerika. Guck mal, wir haben einen eigenen Raum, wir lassen hier Rocky laufen. Da fühle ich mich ja wie ein waschlechter Amerikaner. Was hast du uns bestellt, Laso? So, ich habe einmal Lemon, Pepper, Garnelen bestellt und Spicy Mayo. Lemon mag ich nicht, aber Spicy Mayo geht immer. Also lass uns mal was übrig. Sehr gute Garnelen. Das Flugzeug kommt an mir vom Glas, so macht's deinen Mund auf. Eine Geschmacksexplosion. Was gibst du in Garnelen, Bruder? In Garnelen ist sehr viel Eiweiß drin, und das Eiweiß ist gut für mein Ei. Wir sind aber nicht mit den Garnelen hier, wir sind hier wie die Cheesecake. Und ihr seht, Leute, kommt mal ein bisschen her. Hinter der Kamera ist wieder Hüttel, Hüttel, wie geht's dir? Das geht, alles gut. Sehr schön. Rindfleisch und Hähnchenfleisch. Ich starte mit Rind, und ich muss euch sagen, das sieht doch ansehnlich aus, oder? Das sieht sehr käsig aus. Ja. Ja, der ist gut. Das Brot ist sehr weich. Ich bin dieses Brot wirklich nicht so krass gewohnt, aber ist okay. Ami hat gerade viel Bisschen Tannada gemacht. Fleisch ist jetzt ganz normal, Bruder. Käse, wie man das auch kennt. Das Brot ist anders. Sehr, 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 sehr weich. Dieses Brot hat so Brioche-Vibes. Siehst du, was ein Brioche ist? Nein, Pech gehabt. Also das ist auf jeden Fall eine leckere Abwechslung. Das muss ich sagen. Der ist ja gefühlt immer dasselbe in den Videos, und das kann man wirklich machen. Würde ich jetzt nicht oft machen, aber es schmeckt gut. Würde ich nochmal hinkommen? Weiß ich nicht. Das musst du entscheiden lassen. Beiß mal rein. Okay, ich beiß jetzt rein und ich entscheide, ob Can nochmal herkommen würde bis zum Jahr. Dieses Naschentuch habe ich erst bei mir benutzt, dann bei Can it's right. Was darf in jeder Foodtour in Deutschland nicht fehlen? Döner. Wir werden wie auch in jedem Video in Deutschland zwei Dönerläden testen. Einmal Hähnchen und einmal Kalbsfleisch, okay? Okay. Sehr schön. In Köln ist Mangal bekannt, Bruder. Mangal hat die ganzen Straßen hier in Köln übernommen. Funffekt an die Leute, die es nicht wussten, Podolski hat auch einen Laden und die arbeiten zusammen. Kann man schon sagen Kooperation? Ja, kann man so sagen. Aber ich würde eher sagen, es gehört mehr Podolski. Mangal gibt es auf jeden Fall länger als Podolski. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor sechs Jahren schon mal in diesem Laden war. Und ich fand es vor sechs Jahren sehr gut. Mal gucken, ob der Geschmack immer noch gleich ist. Heute fahren wir mit dem Gemüsekebapp an. Let's go. Wir sind immer noch bei Mangal, nicht bei Poldi, okay? Hört ihr nicht zu, wir sind bei Podolski. Normalerweise ist es schon immer frittiert und direkt am Liegen und bereit sein, aber hier machen wir es frisch-frisch. Das ist sehr gut. Schaut euch den Spieß an. Also der Laden hier gehört Podolski. Gehört der Laden nicht Podolski? Ja. Podolski, oder? Podolski ist ein berühmter Fußballspiel. War Podolski schon mal hier? Ja, Leute, Podolski war hier schon mal. Auf jeden Fall. Das ist das Brot. Aber wir nehmen alle Soßen. Knoblauch, Kräuter, Cocktail, Schaf. Jetzt kommt unser Gemüse drauf, unser Fleisch. Kleiner Fun-Fact, dieser Spieß wird jeden Morgen mit den Händen von Podolski hierher getragen. Schöne Zitrone. Bruder, er hat die ganze Zitrone dann genutzt. Sehr schön. Also ich sag's euch, wie es ist, Bruder. Das sieht nach einem schönen Döner aus. Der sieht sogar von der Optik her besser aus als der in Hamburg, Bruder. Das Brot fühlt sich auch sehr gut an. Ich bin gespannt. Also ich bin ehrlich, ich hab den Döner schon mal probiert. Ach, du warst ja schon. Ja. Ich dachte, du warst bei dem anderen. Ich war dasselbe. Ach so, Bismillah. Jetzt bitte machen. Mach erst. Na, komm, komm, komm. Komm. Du hast sie hier und du hast reinbeißen. Ich dachte, reinbeißen. Alles gut. Was sagst du zum Döner? Sehr gut, Bruder. Ja? Jetzt muss ich mich mal davon überzeugen. Boah, das ist aber sehr gut, Bruder. Noch ein Biss. Sehr gut, sehr frisch. Vor allem diese Zitrone, Bruder. Dieser Juice ist unglaublich gut. Gemüse, Kartoffeln. Kartöffeln. Auch top. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe heute, ist das Brot. Das ist mir ein bisschen zu weich. Was ist los heute? Bist du richtig Antibrötchen? Ich weiß auch nicht, Alter. Aber Fleisch, Salatis, alles super. Ja, so? Okay, ich probiere jetzt den Döner nicht zum ersten Mal, weil ich den schon mal gegessen habe. Das letzte Mal war er, glaube ich, eine 8 von 10. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich geschmacklich verbessert haben. Ist mir da. Ich hab gehört, die hatten dein Video zuletzt geguckt und waren richtig traurig deswegen. Und die haben jetzt komplett die ganze Produktion vergenommen. Ja, für den Döner ist es immer auch eine 8 von 10. Ich weiß euch, wie es ist. Ich bin auch bei einer 8 von 10 dabei. Das Brot ist mir so wichtig, Bruder. Es muss ein bisschen wissfester sein. Wäre ich mal knusprig, Bruder. Ich mag es nicht so weich, Mann. Wenn Podolski persönlich noch kommen würde und mir die Füße küssen würde, dann würde ich ihm eine 10 von 10 kommen. Das hat er gesagt, Paul. Ich habe nichts zu tun. Und hier ist der Dom von 100 Meter Entfernung. Wow. Die drittgrößte Kirche der Welt. Was darf in einer Foodhouse Deutschland nicht fehlen? Pizza. Richtig, Pizza. Warum? Weil wir Junkfood lieben und essen. Kann man Pizza als Junkfood sehen? Na, wir wollten doch nur die Italien ein bisschen ärgern. Ich weiß, das ist eine Delikatesse. Pizza ist kein Junkfood, sondern hochwertiges Nahrung. Naja, es ist nur Brot und Tomatensauce. So hochwertig. Ich kann es jetzt auch machen. Das hat er gesagt. Wala, mit dieser Kritik habe ich nichts zu tun. Wenn ihr lasst es, der Steuer macht es jetzt. Ich distanziere mich von all diesen Aussagen. Ich liebe italienische Frauen. Ich liebe das italienische Essen. Und ich hoffe, ich werde auch diesen Laden hier mögen. Der Laden nennt sich Ben Nilo. Ben Nilo. Was ist mit italienischen Männern? Echt? Gut, da wollen wir mal. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Ich bin ein deutscher Bürger. Ich bin geboren und aufgewachsen. Ein hoher Steuerzahler. Schreit du auch zu Hause so rum? Ja, schreit. Das ist wirklich ein Schweller. Weißt du, wie es hier riecht? Wie? Lecker. Schaut euch diesen geilen Steinofen an. Der Ofen kostet mindestens 10 Riesen. Schaut durch das Feuer mal an. Man sieht auf jeden Fall die Flamme. Und man sieht die Flamme in Can seinen Augen. Wenn es einen Steinofen gibt, dann darfst du keine Experimente machen. Einfach Margarita essen, oder? Blase wird euch jetzt bei dieser Prozedur mitnehmen. Du meinst na so. Ich nehme euch mit in die Pizzawelt. Das hier ist der Ofen. Da kommt gleich die Pizza rein. Hier ist der Pizzameister. Er macht uns dann die Pizza. Wie lange arbeitest du schon hier? Sechs Jahre schon. Sechs Jahre. Ja. Macht seit sechs Jahren Pizza. Also kann die Pizza nur schmecken. Dann bin ich gespannt, wie es schmeckt. Das sind Handfertigkeiten. Wie bei einem Meister. Erst wird der Teig zubereitet. Ganz fluffig. Dann kommt die Tomatensauce. Jetzt kommt der Käse. Stark. Und das ist Basilikum. Und noch mal Käse. Was ist das für ein Käse? Für ein Latte. Ah, okay. Und ein bisschen Olivenöl. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Und rein damit. Und das dauert ungefähr 90 Sekunden. Oder Chef? 90? Ja, eine Minute. Eine Minute maximal. Ein und halb Minuten und dann ist die Pizza fertig. Fertig ist unsere Pizza. Wow. Das sieht sehr schön aus. Schaut euch das mal an. Wie ein Kunstwerk. Und das ist der Künstler. Jetzt wird die Pizza geschnitten. Wow. Das war halt besser. Wollen Sie ein Stück? Sieht gut aus. Ja, wollen Sie ein Stück? Nein, nein, nein. Dann nicht. Dann bleibt der mehr für mich übrig. Ich sage es euch, wie es ist. Ich bin fasziniert, Bruder. Ich liebe Pizza. Irgendwie hat sich das so integriert, dass es überall so einen Steinofen gibt. In unseren Dörfern sind eigentlich immer nur so Standardpizzen. Aber, Bruder, egal wo man hingeht, du siehst eine schöne Pizza. Mal gucken, ob diese Pizza die in Hamburg toppen wird. Ich bin gespannt. Von der Optik her kann ich nicht meckern. Oh, der ist sehr, sehr fluffig, Bruder. Also das sagen wir sehr oft. Aber der ist sehr fluffig. Guck mal, ihr seht das hier. Gingert Video. Entschuldigung für den kurzen Tourette. Ihr seht, das ist richtig mit Luft gepumpt. Aber wenn du dann reinpickst, ist es weg. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, an was mich dieser Teil erinnert? An was denn? An dein Gerede. Nur heiße Luft. Also ich sage es euch, wie es ist. Ein Augenblick. Ist eine gute Pizza. Aber der in Hamburg war ein bisschen besser. Ihr seid dran, Jungs. Okay. Dann probieren wir eine napoleatische Pizza. Ich falte meine Pizza nicht. Ich esse sie wie ein Italiener. Wie ist das denn ein Italiener? So ist das ein Italiener. It's Mario time. Oh no. Ganz kurz, bevor du deine Bewertung abgibst. Ich sehe mittlerweile, dass sehr viele Leute auf unsere Videos reagieren. Unter anderem auch sehr viele Hobbyfood-Tester dabei, die sich darüber beschweren und sagen, dass Lars und Lars selber sagen und 10 von 10 ist nicht witzig. Also wenn ihr ein Problem mit meinen Videos habt, dann reagiert gar nicht auf diese Videos. Habt ihr mich verstanden? Trotzdem nehmen wir diese Kritik natürlich dankend an. Und ich möchte, dass du heute ein bisschen professioneller bewertest. Okay. Ich werde jetzt wirklich ehrlich bewerten, die Pizza ist keine 10 von 10. Ich bin ja ehrlich. Sie ist eine 11 von 10. Ich mag keine Pizza, aber. Du magst keine Pizza? Mmh. Das ist eine sehr gute Pizza auf jeden Fall. Das, meine Damen und Herren, sind professionelle Food-Tester. Wie können diese Videos überhaupt Aufrufe machen, wenn wir nur sagen, ja, es schmeckt gut. Ja, so ist doch richtig. Ali bitte auch noch hierhin kommen? Einige wissen das nicht, aber ich bin ein professioneller Food-Tester. Ach, du bist tatsächlich Professioneller? Ich bin noch kritiker als Lasus. Teig ist super. Also habt ihr über Lasus 10 von 10 beschwert? Lasus hat 11 von 10 gesagt. Ach so, dann sag ich hab heute 10 von 10. Sehr gut. Aber sind wir mal ehrlich, mein vater Freund, die in Hamburg war ein bisschen besser, wa? Die ist schon gut, die in Hamburg war ein bisschen besser, wa? Die ist schon gut, die in Hamburg war ein Tick besser. Ja, also wirklich, wir wollen jetzt hier nichts lernen, also die ist wirklich sehr gut. Aber ich hab jetzt eine Liste, weil wir in Deutschland viel unterwegs sind. Fand ich den in Hamburg ticken, sogar wenn ich noch mehr als einen Ticken besser. Alle kommen beim nächsten Spot. Der nächste Laden nennt sich Kebabland. Diesen Laden gibt's schon seit mehreren Jahren. Ich wusste das gar nicht. Aber dieser Laden hat die Straße geprägt, kulturell. Heftig, wusste ich nicht. Das gehört einfach zu dieser Straße. Also zum Köln gehört einfach Kebabland. Alles gut? Ja, mit dir? Auch gut. Super. Viel Besiktasch. Viel Besiktasch, okay, perfekt. Mehrere Influencer waren schon hier und ich bin gespannt, ob der Hype zurecht ist oder nicht. Schau euch das an, Bruder. Einfach Schlange. Ich dachte, das ist ein riesen Restaurant, aber stimmt gar nicht. Das ist ein kleiner Laden einfach. Lass, was essen wir jetzt? Wir essen jetzt den berühmtesten Kebab in ganz Deutschland. Adana. Meiner Meinung nach sogar der leckerste Adana auf der Welt. Also können wir den Tiefen schreiben? Der beste Adana auf der Welt? 100 Prozent. Also du denkst, der schmeckt besser als der Adana? Ich hab den schon probiert und der ist lecker. Du sagst, wo der Adana herkommt, der soll so genau besser das schmecken. Das ist besser als Adana, als Urfa, als Überall. Die Jungs steht ja schon seit einer halben Stunde. Ich bin gespannt, Bruder. Also ich sag's euch, wie ist das? Egal, wie gut ein Laden ist, ich würde niemals länger als eine Stunde warten, sag ich dir ehrlich. 30 Minuten beim ersten Mal wegen Hype, okay? Wenn es gleich nach einem ganz normalen Adana schmeckt, drehe ich hier durch. Nach dem letzten Cut sind wir fünf Minuten umgegangen und es ist einfach noch voller geworden, als es schon vorher war. Guckt euch das an. Es ist doch nur ein Adana, Bruder. Wollt ihr mich verarschen? Nicht mal bei Nussret ist es so voll, Bruder. Boah, das sieht gut aus. Der macht alles frisch. Ja, alles. Dieses Brot, alles. Maschallah. Dieses Brot ist auch das leckerste Brot. Nur für Brot. Ja. Mein Chef extra Salam für dich, nur Brot machen. Also der ist nur für Brot zuständig. Und das ist das Grill. Maschallah. Und das ist die geheime Soße. Das ist die spezielle geheime Soße. Das ist die Motorsauce. Motorsauce? Motorsauce, Motorsauce. Und an der Stelle sehr sympathischer Laden. Sehr sympathisch und maschallah, dass der Laden so voll ist. Ich hoffe, es schmeckt auch so krass. Damit ihr einen kurz überblickt habt, woher voll der Laden ist. Weißt du, warum der Laden so voll ist, John? Warum denn? Weil er Podolski gehört. Nein, das stimmt nicht. Mittlerweile sind 30 Minuten vergangen und wir haben wirklich einen Sitzplatz ergaunert. Ist mir echt unangenehm, wenn Leute mich angucken, während ich aufnehme. Verspeisen Sie Arsch. Nee. Also, das Essen kam sehr, sehr schnell an. Wir haben nur drei Stunden gewartet. Bin gespannt, Bruder. Von dem Brot her mit dir irgendwie jeder. Das wird wohl in das Fett eingeschmiert, eingetumt? Ja, Spezialsoce. 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 Okay, das lass ich mir nicht zweimal sagen, Bruder. Und die ist Messe. Da kannst du reintupfen. Ja. Und das Brot wird auch frisch gegrillt. Boah. Boah, Bruder. Boah, du hast mich überzeugt. Ich muss es auch einmal probieren. Das ist ein Mundorgasmus. Fein. Ja, das ist doch super. Feine kochiert. Na, du doch hier. Boah, Alter, das Brot toppt schon einige Restaurants. Allah, geisteskrankt. Nur das Brot alleine schon besser als einige Restaurants. Okay, los geht's. Ich liebe Adana, deswegen bin ich hier. Seht, schönes Fleisch, gehacktes mit ein bisschen Reis. Ein bisschen ist gut. Bismillah. Wow, Bruder. Wow. Also ich habe gesagt, der beste Adana der Welt. Von mir aus, 100%. Der ist überhaupt noch besser als der Adana, obwohl er dort erfunden wurde. Geisteskrank, Bruder. Also ich war noch nicht in Adana, aber Bruder, wo war ich all die Jahre? Ich war von diesem Traunladen nur 100 Kilometer entfernt. Boah, geisteskrank und auch noch günstig, ne? Weil die machen da alles richtig. Ich sage es euch, wie es ist. Sei diesem Laden gegönnt. Hack. Mit großem Abstand, mit Anlauf, der beste Adana, den ich je gegessen habe. Und das wird auch der Team dieses Videos sein. Der beste Adana-Teutschans. Boah, Bruder. Jetzt verstehe ich den Hype, Bruder. Würde ich ja noch mal eine Stunde warten, um essen zu kommen? Ja, würde ich. Oder würde ich. Probieren wir mal. Okay, das ist ein Statement. Das war eine große Ansage. So, dann probiere ich mal den Adana. So, dann bin ich mal gespannt. Boah, der schmeckt so intensiv. Also es ist wie, als würde man mir ins Gesicht schlagen. Boah, der schmeckt geil. Ne, auf jeden Fall. Das ist ungelogen, eine 10 von 10. Also es ist nicht mal Spaß, wirklich. Spaß beiseite, das ist eine 11 von 10. Wisst ihr, wie geil dieses Brot schmeckt, Bruder? Diese Aromen, Bruder, von 1000 Adanas, die am Tag gegrillt werden, sind in diesem Brot eingespeichert. Weißt du, ich meine? Ja, seit wie vielen Jahren sag ich dir, komm, wir gehen in den Laden hin. Warum kommen wir nicht hin? Ich komm immer hin, alleine, aber. Guck dir. Bruder, wir haben dich 10 Mal gerufen, hast du gesagt, ich fahre nicht hin, Adana nach Köln. Wie ich da hinfahre. Ich schwöre, ich könnte 10 von den Dinger wegputzen. Auf zum nächsten Spot. Leute, sagst du euch, wie es ist? Ich wollte so einen krassen Kritiker rauslassen, weil ich es einfach nicht einsehe, 30, 40 Minuten lang zu warten. Weil ich meine, das ist ein Imbiss, das ist nicht mal ein Restaurant. Aber ich nehme wirklich alles zurück. Jeder, der aus NRW kommt oder mal nach NRW kommen sollte, den haben ich ja ausprobiert. Und das war mit Abstand der geilste Adana, den ich je gegessen habe. Und dieses Brot, wow, unglaublich, Bruder. Man könnte denken, dass sie mich bezahlt haben, aber nein, ist nicht. Hack, ich lasse Hack da. Geiler Laden. Oder, Jungs? Ja, definitiv. Wir entschuldigen uns beim Filiz-Steak-Bang-Bang-Laden. Lazo hat euer Ding geklaut. Ich hab's nie geklaut. Es hat gerade in seinem Arsch vibriert. Der ist so ein Hänger, ne? Wir laufen gerade. Ich war bei, auf einmal hörte ich mir noch so, boah, boah, boah. Seitdem habe ich einen Nokia, der holst du raus so einen Bang-Bang. Und da sind wir noch bei Lukas Abi. Meine Damen und Herren, hier werden wir jetzt einen Kalbsdöner essen. Ich hab noch nie Döner gegessen. Ich weiß nicht, wie's schmeckt. Der Gemüse-Döner war okay, aber jetzt will ich die Allmann-Qualität von Lukas sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen unangenehmen Aufnahmen. Wir gehen jetzt da rein und fragen, ob Podolski da ist. Das hier ist auf jeden Fall der Laden von Podolski. Rühlt aus. Gehört der Laden Lukas Podolski? Ja. War er schon mal hier? War Podolski schon mal hier? Kannst du Podolski anrufen? Kannst du Podolski anrufen? Also, ich glaube, Podolski war schon mal hier. Wir werden jetzt gleich einen Döner bestellen. Podolski, ich hoffe, du enttäuscht uns nicht. 500 Kilo Fleisch. Kleiner Funfact am Rande, der bringt Podolski jeden Morgen mit seinen eigenen Händen hin. Ich sag's dir, wie es ist, Lukas. Hast du einen schönen Laden aufgemacht? Mach eben, amamm. Also, die Inneneinrichtung hat Podolski sehr schön gemacht. Hier ist das ganze Gemüse. Dann hier Ketchup von Podolski. Und die Stühle sind auch von Podolski. Was ist das für ein Spieß? Ich glaube, Podolski hat sich in diesem Spieß drin versteckt. Denkst du, das ist in diesem Spieß drin? In diesem Spieß ist Podolski versteckt. Das ist ein Bild von Podolski. Ich wünschte, ich wäre auch so cool wie Podolski. Wünschte ich auch, du wärst so cool wie Podolski? Ja, ich wünschte, ich wäre so cool wie Podolski. Du auch. Wer ist das denn? Das ist der berühmteste Fußballspieler. Ist das doch San Ronald oder nicht? Nee, Podolski. Okay, Lukas. Du bist so aus deinem Spieß nicht rausgekrochen. Ist aber nicht schlimm. Also, derselbe Döner wie vorhin. Nur mit Kalbsfleisch diesmal. Und Lukas nimmt für seinen Namen noch einen Euro mehr. Dieser Döner, meine Damen und Herren, kostet 7,50 Euro. Weißt du, was wir zu sagen, Lukas? Allahu Akbar. So, dann wollen wir mal. Bismillah. In meinen Augen ein stinknormaler Döner. Da braucht ihr euch nicht Brot hier zu filmen, meine Damen und Herren. Das Boot ist mit zum Beispiel, Bruder. Wenn das Brot nicht cool ist, dann weiß ich nicht. Bitteschön. Okay, dann probieren wir mal den Döner vom Herrn Lukas. Enttäusch mich nicht, Lukas. Und wie schmeckt's? Also, ich finde, Mangal-Rind ist in Ordnung. Aber ich fand Hähnchen besser. Oder was sagst du? Sagst du mal den Döner, Bruder? Heute erwarten meine Bewertung erst viermal hintereinander reingebissen. Also, der Döner ist... Okay. Also, ich finde, Lukas, das ist ein guter NRW-Döner. Das ist ein guter Döner aus dem Rupport. Aber wir sind gar nicht im Rupport, wir sind in Köln. Das ist kein Berliner Döner. Der ist nicht auch Berliner-Style. Das ist ein guter NRW-Döner. Das ist ein sehr, sehr guter NRW-Döner. Der Can kritisiert immer wieder NRW-Döner. Wir haben nicht denselben Geschmack. Aber ich finde, hast du gut gemacht, Lukas. Schmeckt. 7,50 Euro, Lukas. Hast du uns gefickt. Warte, Lukas. Ja, Lukas, es ist ein guter NRW-Döner. Kennt ihr diese Realwerbung oder Rewe, keine Ahnung, und die ganze Zeit rumlaufen, das ist schon noch so wie Lazo. Pass auf, die Leute nicht überfahren. Warum dasst du? Na, wegen deiner Stirn. Lazo, es tut mir noch mal leid, dass wir gedacht haben, in Afrika. Das war nicht böse gemacht. Meine Haare sahen gut aus. Entschuldigung angenommen. Danke. Meine Damen und Herren, und schon sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Was machen wir am Ende des Videos? Am Ende essen wir immer Dessert. Wir sind bei Madame Croissant. Und wie der Name es auch schon sagt, hier gibt es Burger. Nein, Spaß. Hier essen wir Croissants. Naja, tut mir leid, ich bin Fett. Oh la la, köstliche Croissants und leckerer Kaffee. Oh la la. Ich hasse Kaffee. Guckt euch diese Croissants an, Bruder. Oreo, Lotus, Cheeseburger. Es ist in einer Vitrine, wie in einem Museum. Es ist sehr madantastisch. Ich bin gespannt, Bruder. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Sorten. Satte drei Sorten an Croissants. Dann hätten wir gerne zwei Croissants. Ein mit Oreo und ein mit Lotus. Mehr habt ihr heute nicht mehr da, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen was auf Herz auf dem Pasta oder so. Nein, keine Pasta, wir wollen was Süßes, oder? Die habe ich schon mal getroffen. Ich glaube, das war in Dubai, im Wachsmuseum. Da saß die. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben. Das ist Madame Croissant. Also diese Madame heißt Madame Croissant. Und das ist die Nichte von Madame Croissant. Und das ist der Urgroßvater von Madame Croissant. Soll ich den Unterschied zwischen den beiden Croissants auf? Der eine ist größer als der andere. Der ist nämlich vegan. Normalerweise gibt es hier 13 verschiedene Croissants, aber leider waren nur noch die beiden übrig. Aber es ist nicht schlimm, weil Oreo ist mein Lieblingscroissant. Weißt du, wie ich meine? Was denn? Ich wollte nur ergänzen, dass eins von den beiden vegan ist. Welcher? Der Oreo. Das erkennt man doch mit dem bloßen Auge. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was der vegan hier drauf hat. Hm. Ein stinknormaler Croissant mit Oreo. Okay, ich probiere jetzt mal den Lotus-Croissant. Hm. Schmeckt genau wie beim Leben. Boah, der ist Päbler. Ich dachte, du weißt noch einmal rein, ob du dir auch einen bist. Du sollst Lotus-Essen nicht durch Nase ziehen? Ein Croissant ist stinknormaler, aber diese Lotus-Creme ist wirklich... Stinknormaler, hast du gesagt? Hallo. Die Lotus-Creme ist auf jeden Fall sehr gut. Ich sag mal so, Jungs. Es ist eine Abwechslung wert. Schöner Hilfterladen. Schöner Einmalladen. Spaß beiseite, kann man machen, wirklich. Alles gut. Also ich probiere jetzt mal den Oreo-Proissant. Hm. Das ist die 3,90 Euro auf jeden Fall nicht wert. Spaß beiseite. Ein entspannter Laden. Also ich stehe nicht auf vegan, aber es gibt bestimmt Menschen da draußen, die darauf Wert legen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesen Video an den Aumen hoch, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Pass auf euch auf.